Anklage hin und her, Anklage hin und her. Wir können euch auch mit Steine bewerfen, so wie wir es machen bei uns in El Kutz und so, wie wir die Leute mit Steine verjagen, was ich meine. Und das juckt ihr nicht mal, verstehe? Also was meckert ihr denn was? Dann lasst uns doch auch meckern, was denn? Was denn? Wenigstens können wir euch so unsere Meinung sagen und dass ihr sagt, ja, wer bist du denn? Was bist du denn?